Willkommen auf meinen Gartenkanal bei Janus Moratti bei den exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schaut in Kanalinfo, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok und schaut auf meine Homepage vorbei und schaut bei meinen Merch-Shop vorbei, schaut bei i vorbei und am Ende des Videos kannst du drei Videos anklicken und mein Logo anklicken und abonnieren. Dann teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Und ja, da haben wir den ersten Schnee und da haben wir die Tulpen hingestellt, die sind jetzt versteckt unter dem Schnee. Die können abgefrieren, dann treiben sie im Frühjahr aus. Und da haben wir den Mandelbaum eingepackt. Ja, ist auch voller Schnee und da haben wir die Nordmandanne und die Sommerblumen sind auch voller Schnee und der Kakibaum schaut ganz gut aus. Der Kakibaum ist auch gut, hoffentlich ist er nicht erfroren. Schaut, endlich ist der Schnee da und jetzt sterben die Schädlinge, sogar die Schneckeneier, die weißen Dinger, Maikäfer sterben. Alles mögliche, alles mögliche, alles mögliche von Schädlinge. Da haben wir die Weihnachtsdekoration, schaut aber noch gut aus. Und da haben wir die Stiefmütelchen, die Viren im Frühling wieder. Die, schauen wir mal, die überleben das. Wegen, ich hab keine Tannenzweige raufgetan, wegen... Ist egal, die sind echt winterhart. Hoffentlich überleben das. Da haben wir noch mal den ganzen Garten, ist er voller Schnee und es schneit, wenn sie in der Kamera sitzt. Na, sieht man nicht, leider. Und da ist mein Hochbeet, ist auch voller Schnee. Kannst sie bei der Info sehen. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, schaut's in die Videobeschreibung, schreibt's mir gerne in die Kommentare, schaut's Kanal-Info, schaut's bei i vorbei und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos antrücken und mein Logo antrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei Whatsapp, auf Instagram, auf Netflix, überall. Und schaut's auf meiner Homepage vorbei und schaut's bei meinem Merkshop vorbei. Bis zum nächsten Video, der Gärtner Janos Murati. Bis zum nächsten Video, der Gärtner Janos Murati.